So, hey Leute, was geht? Und hier ist er wieder, der Energy Drink Tester. Ja, jetzt fragt ihr euch vermutlich, okay, hm, was macht denn da ein Black Ops 2 Video und warum sind da keine Dosen? Ja, und zwar ist das jetzt einfach mal ein Infovideo über eine Zusammenarbeit mit dem anderen Kanal. Der Kanal heißt The Energy Drink Tester. Ich Energy Drink Tester, er The Energy Drink Tester. Und zwar werden jetzt demnächst ein paar Dosen von ihm kommen. Heißt, er hat mir ein paar Dosen interessant bereit gemacht. Wir haben uns ein paar geholt. Und die werde ich natürlich auch reviewen und auch unboxen. Ja, ihr könnt auch mal gerne ein Video von ihm sehen. Ich blende es einfach mal ein. Das Licht hält, sieht man das wieder. Und das ist noch so ein bisschen Silber am Rande, sehe ich gerade das. Neben dem grünen Kottmach Silber. Sieht auf jeden Fall geil aus. Hier hinten, Inhaltsstoffe, hier auch. Diesmal steht da kein American-Made, wie ich gerade sehe. Ja. Das ist ja das Handaufkleber. Sieg mal jetzt. Ja, okay, das. Ne, dahinter. Ich habe, glaube, vier Dosen oder fünf Dosen. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ja. Wir haben auch geplant, dass wir eine Folge zusammen machen. So ein bisschen so mit Webcam, Kamera und alles ziemlich viel gekoppelt halt. Aber das wird schon klappen. Und ich freue mich natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit ihm. Seine Videos sind auch richtig sehr gut, also richtig gut. Die gefallen mir. Also ich habe auch alle Folgen von ihm angeguckt. Deshalb, ja. Bohnen, okay. Wie gesagt, halt Zusammenarbeit mit ihm, der Energy, der Infester. Und ich freue mich schon drauf. Ihr wird dann vielleicht nächste Woche von mir ein Unboxing-Video sehen und dann auch die anderen Videos als meine Reviews von den Dosen. Mal schauen, wie es kommt. So. Naja, okay. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Das war nur eine kleine Info zu den folgenden, was kommt. Und ich sage dann mal Tschau.